Ja, ich freue mich sehr über das persönliche Ergebnis, das ich erzielen konnte. Stimmenkönig zu sein ist keine Selbstverständlichkeit, vor allem, wenn es sich abzeichnet, dass der Fall ist, dass es das zweite Mal so ist, dann ist es was ganz, ganz Schönes und ich bin sehr dankbar dafür und freue mich sehr auch nach Zeiten 2006 mit der Landtagswahl, die ja auch für mich persönlich nicht ganz leicht gewesen sind, ist es schön, wenn politische Arbeit vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle gesehen wird. Grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich das Ergebnis bei der Europawahl für die SPD sehr ernüchternd und ein richtiger Schlag ins Kontor, also wirklich heftig, da gibt es nicht dran Punkt zu deuteln, aber man muss sagen, ich glaube es ist gelungen im Rahmen des Möglichen, dass wir uns da wirklich mit aller Kraft und im ganz, ganz engagierten Wahlkampf in Böbling dagegen stemmen und so wie es jetzt aussieht, sind wir besser als bei der Europawahl, besser als bei der Regionalwahl, besser als bei der Kreistagswahl, also ich glaube da haben wir nicht alles falsch gemacht und vor allem die Kandidatinnen und Kandidaten haben unheimlich gekämpft und das freut mich doch einmal. Danke. Danke.